Hallo, ich bin Wondio und möchte euch zeigen, wie man die Fritzbox WLAN 3170 als Router einrichtet. So schaut sie aus und am besten verbindet man sie am LAN 2 Eingang mit dem PC oder Laptop. Dann gibt man im Browser fritz.box ein, dort das Passwort oder man muss es zurücksetzen, wenn man es nicht weiß, anmelden. Dann geht man auf Einstellungen. Wie man sieht hier bei Internet gibt es hier nur Zugangsdaten, Freigaben, DSL-Informationen. Wir gehen auf System, Ansicht, Expertenansicht aktivieren, übernehmen. Jetzt haben wir hier bei den Zugangsdaten unter Internet weitere Einstellungsmöglichkeiten. Hier können wir jetzt anklicken, eine Internetverbindung für alle computerverwendenden Router. Und Zugangsdaten werden nicht benötigt. Und hier IP-Adresse automatisch über DHCP beziehen. Und dann übernehmen. Jetzt im Moment ist im LAN 1 noch nichts eingesteckt, deswegen geht jetzt Google.de zum Beispiel auch noch nicht. Jetzt stecke ich mal das, mein Kabel, das mir das Internet bringt, in die hier LAN 1 Platz rein. Dann muss ich den Router einmal ausschalten und wieder anschalten. Jetzt ist er aus, jetzt schalte ich ihn gleich wieder an. So, man sieht jetzt hier unten, so, schon fertig. Und jetzt Google.de, Google.de funktioniert. Funktioniert alles einwandfrei. So kann man den Fritzbox WLAN 3170 als Router benutzen. Danke, tschüss.